Wo kommt ihr her? Was? Woher? Dülmen! Ah! Dülmen! Krass, Alter. Wie ist das so für dich auch abends mit Strom und so? Kommst du klar? Bitte? Du bist am Kurbeln? Vor allem macht er so, ich bin am Kurbeln. Ich will das gar nicht wissen, Alter. Mach das nach der Show. Ich bin immer am Kurbeln. Dann geht das Licht an. Wie heißt du denn, mein Freund? Wie? Leon! Setz du dich bitte nach rechts? Leon! Mit wem bist du hier? Mit ihr, geil. Und die daneben so, genau mit mir. Wie heißt du? Jana. Hallo Jana. Du brauchst doch gar nicht so schüchtern sein. Du bist doch ein sehr positiver Mensch. Das höre ich sofort. Du könntest ja auch Nina heißen, aber du heißt Jana. Ja, das ist mal... Du bist so, sehr selber. Du bist doch gar nicht so schüchtern. Okay. So, guten Tag.